Herzlich Willkommen zum Podcast Die Neuen Helden, der Podcast für Gestalter. In dieser Episode möchte ich mit Euch über den Begriff VUCA sprechen. VUCA sind vier Buchstaben, die wahrscheinlich ziemlich gut diesen Wahnsinn oder diese Verrücktheit beschreiben, mit der Ihr Euch gerade tagtäglich im Beruf oder vielleicht sogar im Privatleben rumschlagen müsst. Wenn ich mit Managern im Seminarraum über VUCA sprechen will, haben viele oft die Angst, man müsste diesen Begriff jetzt tanzen. Davon sind wir tatsächlich weit entfernt. VUCA ist ein Akronym aus vier Buchstaben und diese VUKA werden wir gleich genauer anschauen. Der Begriff kommt eigentlich aus dem amerikanischen Militär, wurde dort sogar schon in den 1990ern geprägt, nach dem Kalten Krieg, als plötzlich viele auch kriegsähnliche Situationen schwer einzuschätzen waren, wo es nicht mehr klar war, wer genau ist der Feind oder wo befindet sich der Feind, was plant er, wo plötzlich Situationen entstanden sind, die sich so schnell veränderten und wo es schnelle Entscheidungen mit leider aber auch enormer Tragweite brauchte und man so hin und her gerissen war, soll man jetzt das eine tun oder das andere? Und das sind Phänomene, die das dort im Militär geprägt haben. Ich habe mal ein Beispiel aus dem Unternehmensalltag, mit dem ich mich auch so beschäftige. Ich hatte kürzlich eine Führungskraft, der mir im Coaching berichtete. Er weiß schon seit Wochen, dass eine neue Umstrukturierung im Unternehmen ansteht. Sein Chef hat ihm jetzt nun gesagt, dass eigentlich diese neue Struktur ab 1.9. für alle gelten soll und ab 1.7. alle darüber informiert werden. Allerdings soll er eine besondere Rolle übernehmen und diese möglichst schon zum 1. Juni übernehmen. Quasi ab morgen. Und der Chef sagte zu ihm also ganz wichtig, diese neue Funktion, die du übernehmen sollst ab morgen, das machst du zu 100%. Mein Klient fragte, und was mache ich mit meinem bisherigen Job? Ja, das ist ja wohl ganz klar oberste Prio. Und in solchen verrückten Situationen finden sich viele meiner Kunden, egal im Unternehmen oder im Privatleben wieder, wo so verrückte, vielleicht aber auch teilweise verzweifelnde Situationen entsteht, wo man nicht mehr weiß, was man genau tun soll. Und daher, liebe neue Helden, hier der Begriff, um das mal in Worte fassen zu können, was da um euch herum passiert. WUKA, wie schon gesagt, steht für vier verschiedene Begriffe, V-U-K-A sind die Anfangsbuchstaben und wir fangen komischerweise mal mit dem K an. K steht für komplex. Nun, was bedeutet komplex ganz genau? Oder lasst uns erstmal schauen, wo der Unterschied zwischen komplex und kompliziert ist. Das ist ziemlich leicht erklärt. Stellt euch eine Kaffeemaschine vor. Was passiert, wenn du dort auf, nehmen wir mal einen Vollautomat, wenn du dort auf Espresso drückst? Wahrscheinlich wirst du denken, hm, vielleicht ist es wasserleer, vielleicht ist auch der Kaffeesatzbehälter voll oder es kommt doch tatsächlich mal Espresso. Genau. Und dadurch, dass dir diese drei Möglichkeiten auf Anhieb einfallen und die auch sehr, sehr wahrscheinlich sind, ist diese Maschine kompliziert. Zwar nicht in der Handhabung, aber die Frage, warum genau Espresso kommt, wenn du Espresso drückst, das braucht wahrscheinlich schon Fähigkeiten wie, ja, ich sag mal, Elektrotechnik, Mechatronik, vielleicht auch Chipprogrammierung. Und wenn du dir die Mühe machst, diese Maschine komplett auseinanderzunehmen und zu verstehen, genau wie sie funktioniert, dann wirst du verstehen, warum Espresso rauskommt, wenn du Espresso drückst. Das heißt, diese Maschine ist unglaublich vorhersagbar. Es ist berechenbar, was passiert, auch wenn es eben kompliziert. Das heißt, einfach nicht so einfach ist, das herauszufinden. Komplex hingegen ist zum Beispiel die Frage, welche Kaffeemaschine ich kaufen sollte. Angenommen, ich stehe jetzt in einem der Technikmärkte vor einem Regal von Kaffeemaschinen und überlege mir, welche jetzt die beste Kaffeemaschine wäre, dann fallen mir viele Variablen auf, zum Beispiel das Design oder ich kümmere mich um das Malwerk oder ich schaue mir den Preis an oder die Größe oder besorge mir Informationen über die Qualität oder vielleicht auch über die Marke. Und wenn ich jetzt so vor den Maschinen stehe, wird mir bewusst, dass ich nicht genau weiß, welche der eben genannten Merkmale wie wichtig ist. Wahrscheinlich interagieren die auch. Also das heißt, ich vermute, bei höherem Preis ist vielleicht auch die Qualität höher. Vielleicht denke ich, ich sollte mehr investieren, damit ich nachher weniger Wartungskosten habe. Könnte aber auch genauso gut sein, dass dieses Design gerade einfach teurer ist, weil das Modell vielleicht gerade modern ist oder auch ein neues Modell. Der Preis hat vielleicht gar nichts mit der Qualität zu tun. Es gibt hier keine eindeutige Bewertung und es gibt in diesem Fall auch keinerlei Berechnungsmöglichkeit, was für mich die optimale Maschine ist. Und solche Entscheidungen sind sogenannte komplexe Entscheidungen. Ich habe viele Variablen, die irgendwie interagieren. Ich muss zu einer Lösung kommen, aber die lässt sich nicht nachvollziehen. Und die wird sich wahrscheinlich von Tag zu Tag verändern. Also morgen würde ich vielleicht eine ganz andere Kaffeemaschine kaufen, dann habe ich vielleicht auch wieder andere Informationen oder das Wetter ist einfach anders oder ich habe heute gerade Lust auf ein bestimmtes Design. Du merkst, bei kompliziert haben wir irgendetwas, was wir berechnen können und was wir logisch durchschauen können, wenn wir uns nur die Mühe machen. Wenn Dinge komplex sind, wenn Situationen komplex sind, dann sind sie nicht durchschaubar. Du kannst versuchen, dir möglichst viele Informationen zu beschaffen. Aber du wirst wahrscheinlich nie alle Informationen haben. Du wirst auch nie vollständig verstehen, wie die Informationen interagieren. Gerade im Job warten heute viele komplexe Entscheidungssituationen auf euch. Zum Beispiel, zu welchem Preis sollst du nun ein Produkt auf den Markt bringen? Welche Variablen ziehst du da ein? Also zum Beispiel, wie viel Geld hat der Kunde? Wie viel Volumen will ich verkaufen? Wie hoch sind die Herstellungskosten? Was kosten ähnliche Produkte? Soll das ein Log-Angebot sein? Weil du eigentlich andere Produkte verkaufen willst? Oder möchtest du mit diesem Produkt die größte Marge machen? Viele Variablen sind hier für dich relevant. Aber keiner kann dir sagen, was genau die wichtigsten Variablen sind und wie du genau zu welcher Entscheidung kommen solltest. So, das war das K von VUCA. Also, die Welt, in der wir heute leben, ist zum großen Teil komplex. Das heißt, unüberschaubare Informationen, die wir irgendwie mit einbeziehen müssen. Kommen wir zum V. V für Volatil. Das heißt so viel wie Turbulent. Das heißt so viel wie plötzlich sprunghafte Veränderungen überall. Jetzt ein Beispiel Kaffeemaschinenmarkt. Die Frage, welche ist heute gefragt? Welche Kaffeemaschine ist morgen gefragt? Welcher Typ? Welche Marke? Welches Design? Nein, es ist so, dass heutzutage aufgrund des Internets die Nachfrage eines Produkts, einer bestimmten Maschine, innerhalb von wenigen Stunden zum Einbruch kommen kann. Oder aber es kann ein totaler Hype für eine Maschine ausgelöst werden, wenn zum Beispiel in einem Forum etwas Bestimmtes steht. Ich habe das vor zwei Jahren bei einem Mountainbike-Kauf erlebt. Da habe ich mich über ein bestimmtes Mountainbike etwas schlau machen wollen. Ich war mehrere Tage im Internet und habe da verschiedene Rahmenbedingungen, verschiedene Variablen verglichen, um dieses Mountainbike zu kaufen. Und bin natürlich auch auf unterschiedliche Preise gestoßen. Und interessant war zu sehen, dass dieses Mountainbike, die Version 2016, etwas teurer war als die Version 2015. Die gab es anscheinend noch am Lager. Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, hat er in einem Fahrrad-Expertenforum geschrieben, dass ja in dem 2015er-Modell eine viel bessere Federung verbohrt worden sei. Und wenn man nur die Möglichkeit hätte, sollte man möglich das 2015er-Modell statt das 2016er kaufen. Und interessanterweise konnte ich die nächsten Tage beobachten, dass diese 2015er-Modelle mindestens gleich teurer wurden wie die 2016er. Und nach etwa einer Woche war auch kein 2015er-Rat mehr verfügbar. Sehr interessant, denn niemand weiß ja, ob das ein wirklicher Experte war. Oder vielleicht war es auch nur ein Verkäufer, der seine Restware des letzten Jahres loswerden wollte. Aber hier merkt ihr, dass in einem relevanten Forum eine Information plötzlich die Nachfrage eines Produkts enorm verändert hat. Und jetzt gibt es wahrscheinlich einige, die an so einer Stelle einhaken und sagen, Theresa, früher war das Leben auch schon komplex und auch schon volatil. Da sage ich mittlerweile, gibt es tatsächlich eine Veränderung. Denn die Komplexität und die Volatilität nehmen enorm zu. Und zwar dadurch, dass das Internet für so viele Menschen verfügbar ist. Und durch dieses Internet sind unglaublich viele Menschen direkt vernetzt. Die unterschiedlichsten Kanäle, das heißt es per E-Mail oder auch Social Media, über YouTube-Filme. Ihr kennt alle diese Möglichkeiten, Informationen in der ganzen Welt zu teilen. Und genau das führt dazu, dass eine Person eine bestimmte Nachricht ins Internet stellen kann, die plötzlich von sehr, sehr vielen verfolgt wird und dadurch zu einer großen Veränderung im Markt kommen kann. Und dadurch, dass jetzt auch noch Unternehmen sehr international agieren, dass Nachrichten in Sekundenbruchteilen verschickt werden können oder abgeloadet werden können und auch downgeloadet werden können, heißt das, dass unsere Nachrichten heute viel schneller viel mehr Menschen erreichen und sich dadurch viel schneller etwas bewegt. Die Volatilität und die Komplexität nimmt enorm zu. Und das erklärt auch die Gefahr für viele Unternehmen durch sogenannte disruptive Technologien. Denn heute kann man wirklich sagen, eine sehr innovative App entwickelt in Japan, heute rausgebracht, kann heute ein Geschäftsmodell eines Unternehmens in Europa ins Wanken bringen und das in wenigen Tagen. Jetzt hatten wir das K für Komplexität und das V für Volatilität. Lasst uns mal mit dem A aus WUKA weitermachen. A steht für Ambiguitär. Ambiguitär ist für viele ein neues Wort, heißt so viel wie mehrdeutig und erklärt diese Hin- und Hergerissenheit, die wir heute in vielen Situationen haben, wenn wir was entscheiden müssen. Bleiben wir nochmal ganz einfach bei dem Thema Kaffeemaschine und der Frage, ob du dir eine Maschine mit Kapselkaffee kaufen solltest. Da stehen sich ja einige Kriterien gegenüber. Viele halten diese Kapselmaschinen für richtig edel, für schick. Und drüber hinaus sind die auch praktisch. Man muss wirklich sehr wenig sauber machen und der Kaffee schmeckt meistens auch wirklich sehr lecker. Natürlich stehen dagegen ordentliche Kosten pro Tasse. Und natürlich stellt sich für viele auch die Frage, diesen Verpackungsmüll, den ich produziere, diese starke Rohstoffverschwendung, muss denn denn sein? Das heißt, neben den Kosten steht auch noch das Thema Umweltverschmutzung. Und jetzt die Frage für dich, was ist für dich wichtiger? Könnte sein, dass du jetzt auch noch online recherchierst, um diese verschiedenen Kriterien gegeneinander abzuwägen. Da triffst du möglicherweise auf eine, die dich darüber informiert, dass diejenigen, die Kaffee aus Kapseln trinken, viel weniger Kaffeebohnen verbrauchen. Denn die Kaffeebohnen innerhalb einer Kapsel werden bei einer Tasse Kaffee aus den Maschinen wohl zu 100 Prozent verbraucht, versus diese Tromp-Trop-Maschinen, die wahrscheinlich etwas mehr Kaffee produzieren, als tatsächlich getrogen wird, verschwenden, wenn man so will, eigentlich Kaffeebohnen. Und jetzt musst du als Leser entscheiden, wie wichtig und für wie echt hältst du zum Beispiel diese Information. Ist das eine Fake-Information oder ist die doch auch relevant für deine Entscheidung? Und wenn du jetzt hin und her gerissen bist, pro oder versus Kapsel-Kaffeemaschine, dann bist du in dem Moment ambiguitär. Du bist sowohl pro als auch dagegen. Und das findet sich ganz oft im Unternehmensalltag. Eine ganz typische Situation, der ich gerade immer wieder begegne, ist, dass ein Klient mir zum Beispiel berichtete, er hat einen sehr, sehr wichtigen Auftrag mit einem Kunden. Der Kunde ist gerade echt sauer, droht damit diesen Auftrag abzuziehen, falls die Abteilung nicht die gewünschten Ergebnisse in kurzer Zeit liefert. Und er berichtet mir, dass seine Mannschaft wohl schon seit Wochen unentwegt an diesem Auftrag arbeitet. Und er hat einen Mitarbeiter, der spielt eine Schlüsselrolle, auf den kann auf gar keinen Fall verzichtet werden. und der ist jetzt nun wirklich seit Tagen enormst gefordert, ist wohl mittlerweile auch echt müde und ausgelaugt. Und jetzt fragt sich der Chef, was mache ich heute Abend um 18 Uhr? Schicke ich denjenigen nach Hause, damit er mal gut für sich sorgen kann? Schaue ich da auf seine Gesundheit und schaue, dass er auch keinen Krach mit seiner Familie bekommt, damit er mir auch langfristig erhalten bleibt? Denn ohne ihn wird dieses Projekt scheitern. Oder aber sage ich, oh, es ist jetzt viel zu gefährlich, den jetzt abzuziehen, der muss unbedingt heute Abend noch bestimmte Dinge liefern, sonst ist der Kunde so sauer und zieht das Projekt ab. Und dann haben wir irgendwann gar keinen Auftrag mehr. Und dieser Mitarbeiter und mein ganzes Team vielleicht keinen Job mehr. Ich bin so hin- und hergerissen, Theresa. Was soll ich tun? Soll ich denjenigen jetzt freigeben um 18 Uhr oder soll ich ihn extra noch länger arbeiten lassen? Beides ist doch für ihn sinnvoll. Und genau eine solche Situation ist eine Situation, in der du wahrscheinlich sehr ambiguitär bist, in der du nicht weißt, sollst du so oder so entscheiden. Nicht nur spannend, sondern besonders herausfordernd ist auch, dass die Entscheidung, die du hier triffst, nämlich ihn nach Hause schicken oder noch länger arbeiten lassen, sogar enorm konträr ist. In dieser VUCA-Welt wirst du immer mehr Entscheidungssituationen treffen, in der du so hin- und hergerissen bist, weil du natürlich auch aufgrund der Informationsmenge viele Informationen dafür und dagegen haben wirst. Und da gibt es einfach oft keine eindeutige Entscheidungsrichtung. Wir hatten das V für Volatil, wir hatten das K für Komplex und wir hatten das A für Ambiguitär. VUCA, VUCA heißt, da fehlt noch das U. U steht ganz einfach für unsicher. Und unsicher ist das Ergebnis dieser Volatilität, Komplexität und Ambiguität. Was heißt das genau? Wenn du das mal durchdenkst, dass es jetzt durch die Volatilität viel schnellere Wechsel gibt, dass es durch die Komplexität unüberschaubares Feld gibt, in dem du entscheiden musst, dass es durch die Ambiguität einfach so viele konträre Entscheidungssituationen gibt, wo du hin- und hergerissen bist und nicht nur du, sondern alle Teilnehmer auf dem Markt und auch alle Menschen in dieser Welt, dann heißt es, dass die Zukunft für dich, für das Unternehmen, für die ganze Welt unsicherer geworden ist. U wie unsicher. U wie unvorhersagbar. Und das macht einen enormen Unterschied zu dem, wie wir früher gedacht haben, wie die Welt ist. Wir gehen nämlich in vielen Fällen davon aus, dass wir die Zukunft vorhersagen können, berechnen können und dementsprechend langfristige Visionen und dann auch eine langfristige Strategie entwickeln können. Wenn die Welt so enorm unsicher, das heißt unvorhersagbar ist, bedeutet das so etwas wie eine langfristige Planung ist überhaupt nicht mehr möglich, denn zwischendrin kann sich ja so viel ändern. Und was es auch nicht mehr gibt, auch wenn es das Vorhersagen nicht mehr gibt und dementsprechend das hundertprozentige Vorausplan nicht mehr gibt, gibt es auch leider so etwas nicht mehr wie sogenanntes Best Practice. Denn was in der früheren Welt funktioniert hat, muss heute überhaupt nicht mehr funktionieren, weil die Rahmenbedingungen einfach ganz andere sind. Wenn alle deine Kunden früher auf lila abgefahren sind, ist das eben nicht unbedingt die Trendfarbe für morgen. Und wenn ihr bisher eine Organisationsstruktur hattet, die bisher gut funktioniert hat, heißt das nicht, dass das eine gute Organisationsstruktur für morgen sein kann. Wenn ich aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen eine Vision und eine Strategie entwickle, dann kann es morgen schon sinnvoll sein, diese wieder zu verändern. Und das scheint für mich ein Satz, den viele Führungskräfte und auch Mitarbeiter derzeit nicht wahrhaben wollen. Viele wollen an ihren ganz langfristigen Zielen festhalten, weil sie das vielleicht ihrer Mannschaft gesagt haben. Und weil da oft Mitarbeiter sind, die VUCA überhaupt noch nicht verinnerlicht haben, vielleicht noch nie davon gehört haben und das Gefühl haben, wenn ihr Chef wieder die Strategie ändert, dann ist er wohl nicht fähig. Allerdings andersherum wird ein Schuh draus. Wenn die Führungsebene nicht regelmäßig ihre Vision und Strategie überdenkt und sie eventuell anpasst, dann ist das fahrlässig. Warum berichte ich euch hier über VUCA? Wahrscheinlich wird es so sein, dass einige von euch in sehr starken VUCA-geprägten Umwelten arbeiten und bei anderen die Welt, das heißt dein Privatleben und auch dein Job, eher berechenbar sind. Aber für die neuen Helden ist es unglaublich wichtig, die Grundlage zu erahnen, in welcher Art von Welt ihr hier derzeit Verantwortung übernehmen sollt und wie tatsächlich komplex diese Aufgabe ist. Zunächst mag es auch ernüchternd sein, VUCA kennenzulernen. Und für manche meiner Kunden, ob das jetzt im Seminar ist oder als Klient im Coaching, ist es erstmal sehr ernüchternd und manche fühlen sich machtlos oder auch hilflos, nachdem sie VUCA verstanden haben und sagen, ja, tatsächlich beschreibt das ziemlich gut die Welt, in der ich arbeite. Aber diese Hilflosigkeit, das ist nicht von Dauer. Und aus meiner Sicht macht es richtig viel Sinn, dieses Phänomen zu verstehen. Denn neurobiologisch hat das aus meiner Sicht einen Riesenvorteil. Viele meiner Kunden gehen nämlich, bevor sie das Konzept kennenlernen, in die Selbstabwertung. Das heißt, sie denken, alle anderen hätten einen Plan, alle anderen haben wohl den Durchblick, nur sie nicht. Natürlich macht diese Gedanken fast keine öffentlich, doch innerlich sind sie da. Und neurobiologisch kann man heute nachweisen, dass immer dann, wenn wir uns schlecht fühlen, vielleicht auch einfach, weil wir uns selbst niedermachen, dass wir dann einfach nicht so intelligent sind, dass wir Kreativität verlieren, dass wir die Möglichkeit verlieren, logische Schlüsse zu ziehen. und genau das sind aber doch Fähigkeiten, die wir brauchen, um in dieser verrückten Welt produktiv zu agieren. Und zum Zweiten verschwenden wir leider auch unsinnig viel Zeit darauf, die perfekte Lösung zu suchen oder so etwas wie goldene Regeln, um in dieser Welt klar zu kommen. Denn ihr erinnert euch, in einer berechenbaren Welt, wie bei der Kaffeemaschine, die ja sehr berechenbar ist, da gibt es dann auch die richtige Lösung oder die richtige Möglichkeit, die umzuprogrammieren, damit was passiert. In einer VUCA-Welt wird es die beste Lösung nicht geben oder zumindest ist die nicht findbar für dich und daher macht es total viel Sinn, auch nicht so viel Zeit darauf zu verschwenden, diese zu suchen. Das heißt, wenn du verstanden hast, dass dein Arbeitsleben an vielen Stellen VUCA ist und es akzeptierst und dich auch nicht mehr verblöd hältst, dann kannst du als einer unserer neuen Helden wirklich viele relevante Dinge tun. Erstens, dich nicht weiter mit diesen Gedanken bremsen, man könne die VUCA-Welt aufhalten. Da gibt es genügend Literatur, wie zum Beispiel das geniale Buch Homo Deus, was klar macht, es sind so viele Instanzen gerade unabhängig dabei, unseren technischen Fortschritt voranzutreiben, dass der sich auch gar nicht aufhalten ließe, wenn wir das per Decret entscheiden würden. Und zweitens ist auch jeder von uns aktiv daran beteiligt, diesen Fortschritt weiter zu pushen, weil wir auf viele Annehmlichkeiten wie zum Beispiel das Internet gar nicht mehr verzichten wollen. So, bitte dich damit nicht bremsen, zu denken, man könne VUCA aufhalten. Zweitens scheint unsere Aufgabe als Helden heute zu sein, anderen die VUCA-Welt zu erklären, sie wie erwachsene Menschen zu behandeln und ihnen rein Wein einzuschenken, was VUCA bedeutet. Gerne auch auf diesen Podcast verweisen, dann machst du dir es ein bisschen einfacher. Außerdem macht es wirklich Sinn, wenn du VUCA verstanden hast, regelmäßig deine Vision und Strategie zu überprüfen und eventuell auch zu verändern, wenn die alte nicht mehr funktioniert in der Umwelt. Und das Tolle ist, wenn dein Umfeld VUCA auch kapiert hat, dann weiß es auch, dass so eine Veränderung nicht eine Unfähigkeit deiner bedeutet, sondern gerade, dass es ganz wichtig ist, die anzupassen, denn wenn du sie nicht anpasst, wäre das grob fahrlässig. Und viertens, wenn du dir überlegst, dass durch die VUCA-Welt fast alles möglich ist, heißt das auch, sowohl im Negativen wie auch im Positiven. Und jetzt gilt es, die Chancen zu nutzen, damit du mit deiner Mannschaft möglicherweise nicht in kurzer Zeit insolvent bist, sondern einer der Rockstars der Branche, denn tatsächlich ist alles in beide Richtungen möglich. Und ein Punkt, der ist mir hier fast der wichtigste, keep smiling. Unberechenbarkeit macht nämlich leider Angst. Unser Gehirn ist so gestrickt. Und Angst fressen Seele auf, hat mal einer gesagt. Dagegen kannst du aber aktiv etwas tun. Und darum dreht sich auch intensiv die nächste Podcast-Folge. Gehe du inspirierend und motivierend voran, sodass auch andere zuversichtlich werden und ihr gemeinsam mit Spaß und produktiv bei der Sache seid. Dazu braucht es dich als neuen Helden. Keep smiling und geh inspirierend voran. Heute besteht die interessante Aufgabe für dich einfach darin, in den nächsten Tagen mal zu schauen, wo dein Umfeld tatsächlich sehr VUCA ist und wo du vielleicht auch noch eher Berechenbarkeit erlebst. Und zum anderen kannst du gerne andere Kollegen, Freunde, Mitarbeiter auf VUCA aufmerksam machen ihnen das Konzept erklären, damit auch andere aufhören dürfen, sich selbst für blöd zu halten und in dieser verrückten Welt mit Verantwortung übernehmen. Und das war die zweite Folge des neuen Podcasts Die Neuen Helden von und mit Theresa Maxeiner. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid als Die Neuen Helden. Und jetzt geht's los, packen wir's an. Die Neuen Helden Die Neuen Helden Die Neuen Helden